C&W Keller Getriebe GmbH und CoKG. Wir entwickeln Antriebskraft. Getriebe wandeln Drehzahlen und Drehmomente um. Sie treiben Maschinen an und haben damit erheblichen Einfluss auf die Produktivität ihres Geschäftsbetriebs. Die Zuverlässigkeit des Getriebes steht im Brennpunkt des Interesses. Bei Keller greift eins ins andere und das seit über 100 Jahren. Bereits 20 Jahre nach der Gründung als Stahlbaubetrieb 1901 konzentrierten sich die Brüder Karl und Wilhelm Keller auf die Fertigung von Zahnrädern. 1936 verließ das erste Getriebe das Werk. Im selbstständigen Familienunternehmen werden bis heute einzigartige Verzahnungsteile und Getriebe produziert und das bereits in vierter Generation. Seit den 1960er Jahren werden Kellergetriebe weltweit eingesetzt und sorgen für Antrieb in den unterschiedlichsten Industriezweigen. Zum Beispiel an Förderbändern im Tagebau oder Minen, an Knetern und Mischern für die Gummi- und Kunststoffindustrie, an Mühlen der Zementindustrie, an Schnitzelpressen in der Zuckerindustrie oder in den verschiedensten Bereichen der Stahlindustrie. Auch auf hoher See setzt man auf die Marke Keller. So werden in Schiffen die Sondergetriebe für Propeller, Winden und Baggerpumpen verbaut. Vom Zahnrad mit bis zu 4 Meter Durchmesser bis hin zum 200 Tonnen schweren Getriebe. Keller bietet Antriebslösungen aus einer Hand. Wir konstruieren, fertigen, reparieren, warten und optimieren Getriebe mit Leidenschaft und Erfahrung. Kontinuierliche Fortbildung unserer Mitarbeiter, fortwährende Investitionen in Fertigung und Engineering gewährleisten, laufend dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Keller bietet Ihnen zusätzlich zu Getrieben die leistungsoptimierte Auslegung der Komponenten unter Verwendung modernster Programme, wie zum Beispiel dem ST-Plus der Forschungsvereinigung Antriebstechnik, kurz FVA. Bei der Auswahl der Vormaterialien setzen wir auf langjährige und verlässliche Partner. Unsere europäischen Rohstofflieferanten erfüllen unsere anspruchsvollen Anforderungen an die Materialqualität. Der Einsatz von CAD-CAM insbesondere bei der Fertigung von Sonderverzahnungsgeometrien auf einem Sechsachsbearbeitungszentrum sowie eine hohe Fertigungstiefe und der Einsatz modernster Maschinen ermöglichen ein Höchstmaß an Flexibilität, Qualität und Schnelligkeit. Wir wissen, worauf es ankommt, auch bei der Werkstoffwahl und der Wärmebehandlung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und Zusammenarbeit mit Experten der Werkstoff- und Härtetechnik sind wir in der Lage, die negativen Auswirkungen von Verzug und Wachstum auf ein Minimum zu reduzieren. Wir finden für Sie immer die beste Lösung und machen aus Alt wieder neu. Das ein oder andere Mal auch in Richtung negativer Zeitachse. Als Spezialist in Belangen rund um Getriebe und Verzahnungen bieten wir Ihnen das komplette Serviceprogramm mit den Leistungen Inspektion, Reparatur und Modernisierung bzw. Verstärkung. Mit unserem Vor-Ort-Service, dem Speed-Verfahren sowie unserem eigenen Vorratsmateriallager für Zahnräder mit bis zu 1,5 Meter Durchmesser garantieren wir professionelle Unterstützung, auch wenn der Schadensfall eingetreten ist. Keller steht für Innovation, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit. Spitzentechnik des Getriebebaus. Weltweit, jederzeit. Sprechen Sie uns an und fordern Sie uns heraus. Der Kellerfaktor, worauf Sie sich verlassen können.